Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus und wir sind hier zurück bei... Nee, das wird nicht funktionieren. Okay. Zurück bei Human Fall Flat, wie man... wie Jonas es eindrucksvoll gezeigt hat. Der Human Fall Flat, haha, den Witz hat noch nie jemand gemacht, haha, haha, haha. Hat er halt echt noch niemanden. Aber was soll man diesen Ast hier tun? Kommen wir da rein, oder? Ich find' ich grad voll Schnieke. Schnieke? Schnieke. Okay, und warum ist hier so ein riesiges Brett? Ich mein', wie groß sind denn bitte die Bäume, von denen diese Brette gemacht werden? Ja, wo soll dieser Baumstamm hin? Lässt da irgendwas krasses drin? Ja, ich weiß noch nicht, wo wir jetzt weiter müssen, hier dementsprechend. Achso, wahrscheinlich etwa da rüberspringen, oder? Wo soll der Baumstamm hin? Der lag da vorne. Ey, ich verkreuz grad irgendwie meine Arme. Ich glaube, ne? Okay, das reicht nicht. Ich glaub... Oh, ja. Ich hab ne Idee. Oh, ne Wippe. Ja, eben. Düm, 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 düm. Wir müssen den Amboss, den Amboss überballern, kann das sein? Wo soll das jetzt hin? Können wir den Amboss runter tun? So stark bin ich mir auch nicht. Ja, warte. Wo soll jetzt das hin? Voll den Amboss wegdecken, einfach. Brauchen wir den Baumstamm überhaupt? Ja, den brauchen wir, um da ne Wippe zu bauen, um uns auf das Ding hinzu... So, wie vor dem Ding da. Ja, so, aber so... Ja, aber nicht ganz vielleicht ein bisschen weiter zurück, oder so? Dann lass mich schon. Vielleicht noch so zwei Meter zurück, oder so? Oh ja, man. Diese Rätsel, die mag ich immer voll. Ja. Das ist das ganze Spiel. Oder noch mehr zurück. Alter, ich stehe auf dem Ding. Ich finde das gut. Ja, ich stehe auch auf Bretter. Und wasch... Aua! 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 Was macht die hier? Stopp! Kann ich jetzt mal den Baumstamm los? Stopp! Kann ich jetzt mal den Baumstamm richtig hinspülen? Der ist halt gerade... Der ist doch richtig, Chilo. Äh... Jetzt ist er richtig. So. Ey! Boi Jonas, denn... Sind ja schon fast alle gepoppt, das ist voll schade. Oh Gott. Soll ich jetzt den Amboss holen, als Gegengewicht, oder wie machen wir das? Professionell gebaut, hätte ich mal gesagt. Ey, lass doch mal die... Boah, der stand doch schon richtig jetzt. Ja, jetzt habe ich ihn richtig hingestellt. Nein, wir müssen da die graue Wand hoch. Stopp! Ihr müsst hier noch mal da rüber. Äh, ich... Oh. Oh, der ging noch. Der, der Bobbel. Ja, wow, die... Das ist halt jetzt gar keine Wippe mehr. Aua. Reicht das vielleicht, wenn es eine Rampe ist? Nee, oder? Was tust du denn da jetzt? Ja, das ist wieder zu mal Wetter. Ja, jetzt ist das Brett wieder unten. Ja, unten? Ja, und das... Das... Das Ding, der Baumstamm ist nur so 10 Milliarden... Zu nah dran. Stopp! Stopp! Ich halte den Baumstamm fest. Ne, David, das ist nicht witzig. Doch. So wird das nicht. jedes Jahr sterben sehr viele Menschen an irgendwas, was 10 Milliarden sind, so irgendwie 10 Milliarden Krankheitserreger oder so, ne? David, so wird das richtig schlimm. Hä? Ey, warum kann man den Baumstamm weiter hier rüber? Stopp! Piep! 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 Ja, lass mich doch mal ziehen hier. Ich zieh den gerade in die Richtung, wo du den hinhaben willst. Ja, ich will den aber nicht da hinhaben. Natürlich! Bist du jetzt dumm, oder was? Wollen wir gerade machen hier die Kiste. Okay, jetzt zeige ich ihn fest. Ich hab den Armbrust gebracht. Bin ich hilfreich? Ey, wa... Leute. Bin ich hilfreich? Ey, in der Zeit hätte ich das mit dem Fensterbrett geschafft von der letzten Folge. Stopp! Wer es nicht so effektiv nicht gehofft hat. Oh, ne, nee... Oh, sehr gut! Halt den Baumstamm fest, eh tut es das Brettenwissen. Na, den den Baum, nein, nein, ja, nein. Doch, oh, nein. Ähm, lol. ein bisschen der Rande wir müssen das Brett ein bisschen höher schieben die Frage ist ob das so ein Katapult-Dings wird Schieben Schieben ja du ja sehr gut und jetzt müssen wir irgendwas Fettes darunter fallen lassen Jonas wir müssen nicht zählen hallo 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 kleine Idee ja ja der Amboss muss da drauf ich bin nicht da bitte ja ok der Amboss kommt jetzt hinten auf das Brett drauf als Gegengewicht so dass das nicht mehr hochklappen kann ok das heißt ich war sogar wirklich hilfreich als ich den geholt habe so stopp ja pass doch so lass den stehen nein ja sie ist besser das beste ist alle Leute die gerne des Sims Let's Play von Pikus geschaut haben werden sich sehr darüber freuen was ich gerade anhabe und zwar meinen wunderschönen blauen Schlafanzug ok ok jetzt bin ich dran ich glaub das klappt so noch nicht ja aber David ist doch hoch gekommen nur weil du es nicht kannst kannst du mich einfach ziehen David nein Mann oh ihr Menschen hier ich schieb dich hoch mit deinem Arsch geil warte 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 geil so muss ich euch jetzt hochziehen oder mich zum Beispiel könnt ihr hochziehen ja ich bin Walter ne warte ich muss dich an ja mach erstmal Pikus mach erstmal Pikus nein du bist also jetzt musst du auch du musst mal loslassen ich glaube man kann einen nur zu zweit ziehen ja ich ich ja warte ich lass los aber du darfst nicht loslassen ja logisch und jetzt mach mal deine Arme nach oben ich? ja wie meine Arme nach oben meine Arme nach oben und jetzt festhalten ja du kannst dich ja genau ja ok das sagt heute sehr atrophäisch aus zieh mich warte haltet mich fest hab ich dich? also ich will ja nix sagen aber diesmal war ich der nicht? ich war nicht ganz der Erste aber einer bist du gerade ja dein Ernst? oh shit ich konnte nicht mehr halten muss ich jetzt david ah ne ok ähm jonas komm mal her du musst mit dir ziehen helfen warte 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 hab ich nicht gesagt ich hab noch nicht mal gezogen jetzt es sah ein bisschen nach zombie lauf aus als Pikus der gerade mit erhobenen Arm ok so viele sagen jetzt glaube ich auch nicht an gut gut wir haben es geschafft ey das Erste geht so was wir in Teamarbeit geschafft haben von wie vielen kann man das irgendwo sehen äh ne keine ahnung egal ich weiß nicht ob wir runter sollten ich weiß nicht ob wir runter sollten aber jedenfalls werde ich nicht gespawnt ja irgendwie kann man hier den Eimer an der Schnur in das Loch rein tun oder so und außerdem haben wir hier Bretter aber ich verstehe nicht ganz was der Sinn ist was tust du ja glaub wir sollten ja runter übrigens ne ja oder auch nicht also ich glaub erstmal sollten wir mindestens zwei Personen oder so hier oben lassen einfach für den Fall dass wir doch irgendwie noch den Eimer brauchen oder so ja 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 geil 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 ist das bist du jetzt bist du jetzt doch wieder gespawnt oh ja david das hat wohl mein Gewicht ja jetzt hab ich mich hier vorher zuhause in meinem Dinosaurierkostüm weil das genau nicht mehr so ja was wollen wir jetzt da oben mit der Eimer runterschmeißen und dann was sollen wir mit dem Eimer weiß ich das ich glaub wir müssen ja hinten raus irgendwie vielleicht hier oben ja oder die Ampel entlang laufen ja ich kann gerade wirklich laufen na jetzt 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 ich hab schnell ja jetzt kann ich laufen oh nein das wollte ich jetzt nicht nein ja hier gehts aber auch hoch ja hier auch cool aber hier auch ja hier auch geil was soll ich jetzt hören ja hier aber auch was soll ich jetzt mit dem Eimer ja das ist die Rätsel das hat die Rätsel ich will ja sagen aber hier gehts auch hoch wo seid ihr jetzt Jonas also ich bin ich bin hochgegangen hier gehts hoch ja hier gehts auch hoch ja hier gehts auch hoch so ich habs gleich hier rüber geschafft ich bin runter gefallen nice also ich habs gleich hier rüber geschafft nicer nicer hä ich lauf hier grad einen anderen Weg hoch und ich frag mich wir müssen jetzt erstmal zu mir hinkommen wieder aber ich habs jetzt schon abkürzen können wegen dem Eimer Eimer ab da da boah für cool oh ne weil bei mir ist das hier so ein so ein Laufweg kann das sein dass die Steinkugel mir gleich entgegenkommt hier nein nein du kannst da hoch und dann bist du bei mir ja ja aber jetzt rechts ja genau und ich konnte halt durch den Eimer konnte ich halt abkürzen weißt du ja das war aber nicht die Challenge weil das hier voll der dumme Weg ist besser gesagt du sollst einfach unten loslaufen hier hoch an der Seite da da ist doch hier dieser Vorsprung also es ist schwer dahinter Mrs. Picos du kannst mir hinterherlaufen schau ja wo bist du denn überhaupt äh hinter dieser Säule ich hab dich grad gesehen hey ah jetzt bringe ich die komm schon ach ne das war Picos nicht Mrs. Picos au was war jetzt los hast du das hier schon wieder gemacht ähm Mrs. Picos schaut so hey wo bin ich und wird von so der riesigen rollenden Steinkugel umgenäht ja ihr habt die runterherspissen sorry ja wo muss ich jetzt hin ich weiß es immer noch nicht ja hier hinterher hier drüben ah ja ich seh euch ja nicht ja jetzt seid ihr da wo ich grade schon cool ich hab jetzt hier ne Abkürzung gebaut glaub ich ich hab den Stein mal verwendet ich hab aber nicht meine Ahnung wo ich hin soll ich hab nicht meine Ahnung wo ich hin soll ich hab aber nicht meine Ahnung wo ich hin soll Oh shit ja und die Frage ist muss ich hier warte ich bin jetzt grade an diese ja sie kommt da hoch durch oder ich bin jetzt grade an dieser Gabelung wo man grade aus und links gehen konnte und ich frag mich welches von beidem das richtige ist weil ich irgendwie nicht glaube dass beides geht Ich komm da sowas von nicht hoch ey ihr müsst jetzt hier dran ich weiß nicht wo ich überhaupt hin soll ich bin bei dir jetzt hier rüber wo stelle hier kommt ihr hier rüber wo david jetzt ist gerade ich habe überhaupt keinen überblick sorry ich habe keine ahnung wo ich ihn so ist man nicht so gut kommt ihr hier irgendwo rüber wo david es war gut da ihr könnt ihr rüber dadurch dass es gemacht hat ich komme halt hier nicht hoch was halt ein bisschen dumm ist gerade aber also doch kann man dieses umgekippte ding hochlaufen ja das ist eine hier auf der anderen seite kannst du laufen aber das was du gekippt ist gar nicht das glaube ich nicht okay es ist es aber woher so wie heilen immer gleich vielleicht müssen wir uns wieder rüber schießen wir sind noch schon mit wie wir rüber schießen er hat er in uns schweißen wollen ja das ist voll die verarsche hier nein okay ich bin eh gleich drüben okay ja ich hab's geschafft aber kann es sein dass man erstmal mit die tür aufmachen muss oder so und dann landet man so oben in den spalt rein schießen nee ganz ehrlich ich hab keinen bock mehr ich bleibe hier dann lad doch neu also weiß schon woher rollst du das gerade oder was machst du ja aus versehen ich will sagen nicht dass es gleich runterfällt ohne die dritte konnte kann es nicht runterfallen oh ja das war voll intelligent ich bin zuerst gar n denn ich hab den prägen weiter ein herrn hohen zu lassen hallo die größte ich war doch gar nicht am fliegen in die uhr schwung alle schon zu steig unter wenn er in der ist gar nicht nur noch was aber los ja und habt ihr zu sehen dass ich gesagt hat dass ich der erste in der reihe ich schieb es ja nur der ist doch scheißegal ja ich bin doch dabei man so so jetzt hier kann es sein dass es nicht so weit ging weil du mir doch das geht ihr könnt darüber aber jetzt muss noch mal wer geschossen werden um dadurch das loch durchzufliegen echt aber das ist ja verkackt ich hab's gut gemacht inwiefern hat das verkackt warte jetzt bin ich der durchs loch geht wobei ich fand das voll cool wie ich noch grad zum letzten moment rüber gesprungen ich fand das hat das was von dem action film wir haben nicht ohne welchen wo und das ist gerade voll der action film über leute die voll unfähig sind ich würde ja die andere hoffte sie haben kopf auf dem brett bekommen und vom katapult der andere schafft sich das Rad zu drehen warte das war der falsche Hebel kannst du mal bitte da weggehen ich habe jetzt Könnt ihr mal bitte hier von dem Rad weggenommen? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Nein, ich zieh dich jetzt da weg, ich will's machen Lass mich jetzt los, hallo! Ich bin gerade dabei, das gut zu drehen Leute, wollen wir die Welt irgendwie fertig bekommen oder wollen wir uns darüber streiten? Ich find's grad ziemlich witzig ehrlich gesagt Ja, ich nicht, ich bin grad voll fertig Alter! Ich will das gerade drehen Moment, ich hab's ja fast Also, eigentlich könnt ihr ja schon da drauf springen, oder? Ey! Lass mich los, Mann! Nein, ich will dich richtig festhalten Ich glaub, man kann da nicht drauf springen in der Höhe Doch, kann man Okay Ja, dann go! Los! So, ja, das ist jetzt aber auch mal jetzt genug Ja, David! Nein! Nein! Wrestling Match Ich find's gut, dass die anderen beiden gerade für uns das Gätsel lösen Jawoll! David hat's geschafft! Ey, hier ist ein Schild Notausgang! Was machst du da gerade? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Alter, war das knapp! Das wird sogar jetzt nicht, was wir alle verarschen! Das wird sogar jetzt nicht, was wir alle verarschen! Ey, ey, jetzt mach sie auch mal mit! Ey, ey, jetzt mach sie auch mal mit! Ey, ey, jetzt sieht doch nicht an, ich hab noch mit! Ich will, dass uns aufhörst! Hör auf, Freundchen! Oh, jetzt lädt's! Oh, jetzt lädt's! Stürmt das Tor auch rum, schafft Kai! Ja, wir haben ihn! Aber das ist jetzt eine neue Map, ne? Ja! Juhu! Wollen wir die jetzt auch noch spielen? Weil dann sind wir ja ewig in der Aufnahme hier drin! Auf der anderen Seite geht diese Folge auch erst irgendwie 6 Minuten oder so! Ne, die geht schon 16 Minuten! Ey, bleibst du mal hier! Hallo, Captain Jack Sparrow! Das ist der Tun auf Captain Jack Sparrow! Jetzt mach mal die Folge hoch aus! Alter! Du kleiner Schlingel, Alter! Geht da einfach ohne und... Hallo, kannst du jetzt mal was... Ja? Herr Pikus! Ja? Ja, beendest du jetzt die Folge! Ich sag gleich den richtigen Namen und dann ist es voll viel Aufwand für dich, das zu schneiden! Wieso, was ist denn jetzt das Problem? Ja, einfach die Aufnahme beenden! Dass die Folge vorbei ist, aber... Ja, weil die jetzt schon 16 Minuten geht und wir die Map jetzt neu anfangen! Ja, ist doch cool! Nein! Weil es dann zu lang geht! Alter! Was geht daran zu lang? Wir haben hier ein Motorboot, ja? Jetzt mach doch mal bitte! Motorboot! Ich bin bloß zu schlecht an dieser Leiden! Warte, was passiert, wenn ich da reingehe? Rein nicht! Wir müssen das erstmal hier ins Wasser ziehen! Hä? Hörst du mir eigentlich noch irgendwie zu? Jawohl! Jawohl! Und jetzt... Ja, das stimmt nicht! Jawohl! Bist du jetzt irgendwie aus dem letzten Jahrhundert, dass du jawohl sagst und irgendwas funktioniert? Jawohl! Ich bin dran! Jetzt geht's ab! Und tschüss! Jonas, ich hab den! So funktioniert dein Bootfahrt! Tschüss! Yeah! Alter! Tschüss! Yippie! Wir sind auf jeden Fall hier gut gesichert! Ja, du hältst dich nur an mir fest und dich halt nicht mit einer hast... Kann ich jetzt auch mal mit drauf? Dankeschön! Ich weiß nicht, David Lane! Nee, wir sind schon weggefahren von dir! Warte, ich bin drin! Oh, ich bin auch drin! Geil! Oh! Jetzt sind wir gestrandet! Das war cool! Tschüss! Mrs. Pico! Das ist grad voll unwitzig! Tschüss! Da bekommt er seinen Schläger! Au! Also ich mein, man kann nicht sagen, dass es nicht wieder weh getan wird! Sind wir zu viert oder zu dritt? Äh, im Moment zu dritt hier im Boot! Jetzt sind wir nur zu zweit, weil... Au! Au! Geh kurz mit ne Sandetier! Ja, und das ist alles noch in der Folge drin! Jetzt seht ihr mal, warum das noch aufgenommen wird! Damit das später als Beweise und so... Ich kann ja nicht! Dann bleib ich da stehen! Weil du meine ganze Arme sucht! Und was ist jetzt hier mit dem Schaufelrad, denkst du? Ja, keine Ahnung! Kann man da irgendwie Rampschwinge oder was? Passiert aber nicht so viel, ne? Versteh ich nicht! So, jetzt müsste es wieder drinnen sein! Glaub ich! Latte, ich hole sie mal ab! Oder wir holen sie mal ab! Sagen wir gerade! Ja, ich komm noch mit! Kannst du nicht einfach herlaufen? Ne, du kommst jetzt nicht mit, vergiss es! Hä? Ja! Ja! Ich schaff die sich halt! Alter, wie fährst du? Nein! Ja, ich hab' nicht verstanden, wie die Lenkung funktioniert! Kann ich mich hier noch nicht voll süß hier oben rauflegen? Nein! Dann bist du nicht sonnen, wa? Ja! Hält mir lieber das Reize schieben wieder hier! Muss ich alles allein machen! Ja! Passt ne Frage! Ja! Und jetzt ein bisschen rüber! Alter, das ist ja ein richtiger Hafen hier! Da sollte ich bohlen! Wolltest du jetzt nicht eigentlich da rüber lenken? Ja! Wollte ich! Hat mich so ganz bezieht! Ich sehe das nicht geradeaus, ist das Problem! Ja, das war bei mir auch das Problem! Äh, nein! Links, 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 links! Bord, 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 bord! Alter, erst fährt das Schiff hin! Was ist denn los? Okay, jetzt können sie wieder einsteigen! Ja, weil wir wieder fallen! Hallo, du kannst einsteigen! Letzter Aufruf für alle fehlenden Passagiere! Dies ist sehr... Alles klar! Damit... Arschbombe! Denkst du, es wäre witzig, dieses Spiel mit Fabian zu spielen? Ich weiß nicht, aber ich werde mal eben ihre Figur rüberlegen! Jetzt hört man mich auf dem anderen Mikro, aber ich glaube, das macht eh keinen Unterschied! Wieso ist der Motor immer noch an? Ist er nicht, außer du bist am Hebel! Bin ich nicht, aber das ist... Der geht nur an, wenn du am Hebel bist! Ne, niemand ist am Hebel gerade! So! Ja! Einmal! Jetzt zwei der Passagier noch! So, hoch! Nein! Warte, ich steig einfach hinten ein! Das ist gar nicht so elegant! So, easy, geil! Sehr gut! Wir müssen das Boot mal anschieben hier! Was schafft ihr es eigentlich? Hm... Ich weiß noch nicht! Okay! Ja, 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 ja! Schaut doch gut aus! So, jetzt können wir! Gib Gas! Ne, Jungs! Ja, mach ich! Das wird aber nicht so gut! Geht nicht! Alter, ihr Sand! Sag mal hier schon wieder, wenn es was denn da läuft! Alter! Ja! Ich hab Hunger! Nein! Zieh dich auf! Jawoll! Nein! Jawoll! Wo bist du? Bist du noch im Wasser? Oh, ich bin neu runtergefallen, warte! Warte, ich bin gleich wieder da! Bin gleich wieder da! Oh mein, mein rechter Arm steht noch fest! Mann, warte, so blub, 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 blub! Ich zieh mich am Kopf! Wie du da passest hochzukommen, Frau Zeibel! Kopf ziehen! Warte! Warte, ich zieh auch! Ach, jetzt zieh ich den Tag! Aber wo wir jetzt auf diese wundervolle Reise hinfahren, das sieht man doch in der nächsten Folge, oder nicht? Ja, schon! Oder noch? Also, bis zur nächsten Folge! Bis dahin, Leute! Haut rein! Und... Ciao!